Wie sieht der Junge aus? Der Junge sieht sehr zufrieden aus. Warum sieht der Junge so zufrieden aus? Weil ihm jemand ein Geschenk gemacht hat. Das Mädchen sieht sehr fragend aus. Sie sieht aus, als hätte sie eine Frage. Warum hat sie eine Frage? Wahrscheinlich, weil sie etwas nicht verstanden hat. Das Mädchen sieht sehr grimmig aus. Warum ist sie grimmig? Ich glaube, ihre Eltern wollten ihr ihren Wunsch nicht erfüllen. Und dieses Mädchen sieht sehr fröhlich aus. Warum sieht sie so fröhlich aus? Weil sie in der Schule bei einem Wettbewerb gewonnen hat. Und das Mädchen hier, sie sieht sehr enttäuscht aus. Warum sieht sie enttäuscht aus? Sie hat bei einem Spiel verloren. Und dieses Mädchen sieht sehr frech aus. Sie ist ein sehr freches Mädchen. Warum? Sie macht viel Unsinn und viele Dummheiten. Ich sag mal, dass wir zum specimenen können. Vielen Dank.